Hallo Leute, ich muss hier einfach mal ein kleines Info-Video ankündigen, denn wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es in letzter Zeit ziemlich viele Brobs hier mit den Aufnahmen, mit Minecraft und allem und ja, wie ihr hier schon lesen könnt, mache ich für eine unbestimmte Zeit eine Let's Play Pause das heißt so viel wie ich werde einfach nichts mehr hochladen, bis ich wieder mehr Lust dazu habe, ich habe zur Zeit sehr viel um die Ohren, private Dinge und sonst was und ja, wie ihr schon gesehen habt, gab es Probleme mit Minecraft, mit den Aufnahmen, es hat nur noch gelebt und bis ich das Problem gelöst habe und wie ich auch schon gesagt habe, PC-Probleme in alles, das heißt ich werde jetzt mein Vista wieder runterwerfen und Win 7 draufhauen und den ganzen Schnickschnack, das heißt jetzt mal, ja, dass jetzt vorerst nichts mehr kommen wird, das kann einen Tag nur dauern, das kann aber auch eine Woche, einen Monat, zwei Monate dauern, also, ähm, das kann unbestimmt lange sein oder unbestimmt kurz, das kann ich jetzt hier nicht so vorher sagen, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass es auf jeden Fall mindestens eine Woche anhalten wird, ähm, da ich ziemlich viel um die Ohren ab, ähm, ihr könnt natürlich dieses Video jetzt disliken, wie ihr wollt, drunter schreiben, boah, ich abonniere dich und bla, das ist mir alles scheißegal, muss ich ehrlich zugeben, denn ich habe es ja auch schon auf meinem Blog angekündigt, den Blog findet ihr übrigens auch in der Beschreibung, dass ich nur Folgen raushaue, wenn ich Lust und Zeit habe, das heißt, es kann mal einen Tag was kommen, es kann mal einen Tag nichts kommen, es kann mal an einem Tag 5, 6, 7, 8.000 Folgen kommen oder auch mal gar keine und wenn gar keine kommt, habe ich ja gesagt, kündige ich, kündige ich das immer an, ich habe es vor dem ersten Mal angekündigt, dass keine kommt und seitdem habe ich nichts mehr geschrieben, das heißt dann so viel wie dieses, dass keine mehr kommt, zählt bis heute hin an, die Folgen, die ich bis jetzt rausgeholt habe, noch dieses, äh, Together mit Tennis und alles, das war natürlich jetzt einfach nach guter Laune aufnehmen, aber da hat man die ganzen Lags auch schon gesehen und so habe ich einfach keine Lust weiter aufzunehmen mit diesen Lags, natürlich wird weiterhin was kommen in nächster Zeit, damit meine ich, wenn diese LP Pause rum ist, ne, und ja, also damit wollte ich das jetzt nur ankündigen, ähm, auf meinem Blog könnt ihr das dann nochmal lesen, da steht das auch drauf, wie ich die Folgen raushaue und bla, ähm, auf meinem Facebook und Twitter Account werde ich das jetzt auch nochmal ankündigen, aber ich werde natürlich weiterhin Kontakt aufhalten, über Facebook und Twitter werde ich natürlich weiterhin mit euch, ähm, in Kontakt bleiben und schreiben und sonst was und da wird es dann auch weiterhin so gut wie möglich laufen, es kann natürlich sein, dass ich einfach mal so zwischendurch wieder ein Video hochlade, das heißt dann, dass ich mal wieder Lust hatte und sonst was, aber was ich auch schon angekündigt habe, dass ich keine normalen Let's Plays mehr auch leider, ich werde nur noch Minecraft Let's Plays und so, das heißt ich werde nur noch Minecraft spielen, Minecraft aufnehmen, da die anderen Spiele zur Zeit einfach nicht so mein Fall sind, ich habe ja Alan Wake gezockt, ich habe es auch durchgezockt, ähm, aber, wie soll ich sagen, ich hatte das Spiel durch, ähm, und ich hatte die Folgen noch nicht alle rausgehauen, gehauen, die Folgen waren auf meinem PC, ähm, ähm, es waren noch, ich glaube, fünf, sechs Folgen wären es noch gewesen zum raushauen, aber da ist dann dummerweise irgendwas schiefgelaufen, PC, ganze Festplatte abgeschmiert und natürlich kein Backup parat gehabt von den Folgen und, ähm, jetzt einfach nochmal das Spiel bis zum Ende durchzuzocken, nur um am Ende Folgen aufzunehmen, das sehe ich nicht ein, ähm, da wäre es mir lieber, wenn ihr die, äh, letzten Folgen bei einem anderen Let's Player anguckt oder sonst was, und so, mit sehe ich das auch mit Half-Life, Half-Life habe ich ja gerade angefangen zu zocken, werde ich auch erst wieder zu Ende machen, wenn ich wieder Zeit und Lust dazu habe, auf jeden Fall Half-Life, kein, kein Problem, werde ich auf jeden Fall weiter zocken, ähm, das wird auch weiterhin weitergehen, das ist ja klar, ähm, genauso gut wie, ähm, Ding, allen anderen Spielen, Trine, 2, 1, was weiß ich, was ich alles angefangen habe zu zocken, 4, und sonst was, 4 war ja immerhin auch noch ein Together, ähm, ob ich das fortsetze, weiß ich nicht, da kommt es immer drauf an, ob der Together-Partner noch Lust dazu hat oder nicht, ähm, auf jeden Fall, ja, Trine und das ganze Kack, genauso wie, ähm, Dings, ähm, Half-Life werde ich auf jeden Fall irgendwann mal, ich sage jetzt keine Zeit, es kann auch, was weiß ich, in einem halben Jahr erst fortgesetzt werden, auf jeden Fall wird fortgesetzt. Ähm, ich habe ja auch eine GTA 4 Folge rausgeholt, wie Featuring Tennis, ähm, die Folge wird auch, die GTA werden auch noch mehrere Folgen kommen, zwar nicht viel, ich denke, die maximal, äh, Zahl wird da bei den Folgen bei 5 oder 6 oder 10, zwischen 5 und 10 bleiben, ich werde da nicht mehr wie 10 Folgen raushauen, ich werde da nicht die Story mit euch durchzocken, ich werde einfach mal, wenn ich gerade Lust mit Tennis, habe ein paar Folgen draufnehmen, die rausschauen und sonst was, ja, soweit jetzt hier dazu, das war die Ankündigung dazu, dass ihr ein bisschen Bescheid bis Zeit nicht sauer oder sonst was und, ähm, ich habe damit kein Problem, die wohl jetzt rumspoilern hier, einfach mal zu blocken, das mache ich so, so jeden Tag, x Leute werden jeden Tag von mir geblockt, in Facebook, Twitter und hier natürlich auch in YouTube. So, also, ähm, Fragen möchte ich gar keine beantworten und sonst was, das wird jetzt einfach so durchgezogen, bis ich wieder Lust habe, also, und viel Spaß euch noch, so, die Zeit ohne mich.